Willkommen zu einem neuen Unboxing hier auf meinem Kanal. Ich habe neue Raupen bekommen von einer netten Dame aus einer Insektengruppe. Die Hyles Euphorbie. 30 Schrauben habe ich mir bestellt. Hier sieht man sie schon. Also mega schöne Tiere. Groß geht raus. Die Person weiß, wer gemeint ist. Und ja, sehen alle sehr gut aus. Und ich freue mich auf ein neues Update-Video. Wer freut sich auch darauf? Gerne die Kommentare und ein Abo nicht vergessen. Das wäre toll. Bis zum nächsten Video. Eure ChrissiLine89.